Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zu einer neuen Ausgabe des Toko Tokonomi Podcast. Diesmal sprechen wir über die Tenryubitu, die Weltaristokraten, die Himmelsdrachen. Naja, eigentlich die Himmelsdrachen Menschen, aber für Menschen halten sie sich ja eigentlich gar nicht, sondern sie halten sich für Götter. Die Götter der One-Piece-Welt, die die Gesetze machen, die darüber bestimmen, was richtig und falsch ist. Und das ist ja eigentlich ein Paradoxon, denn sie selbst halten sich ja nicht wirklich an irgendwelche Gesetze oder an das, was gerecht ist. Sie halten sich Sklaven, dürfen im Grunde machen, was sie wollen, doch was ist der Hauptgrund, damit sie so etwas tun dürfen? Sind sie gewählte Vertreter des Volkes? Wohl kaum. Alles hat natürlich mehr oder weniger seinen Ursprung im leeren Jahrhundert, von dem wir so gut wie gar nichts wissen. Und wir wissen aber, dass sich damals 20 Königsfamilien der One-Piece-Welt zusammengetan haben. Beispielsweise die Nephletari-Familie aus Alabasta oder die Don Quixote-Familie aus Dressrosa. Wir gehen daher natürlich davon aus, dass sie gegen das antike Königreich damals gekämpft hat. Wahrscheinlich angeführt von Joy Boy. Und das widerspiegelt natürlich ein, zwei Dinge. Nämlich, wir gehen davon aus, Joy Boy war der Gute und die Weltregierung, die sich aus diesen 20 Königsfamilien gegründet hat, das waren die Bösen. Aber im Grunde ist ja diese Weltregierung erst danach entstanden. Sie haben scheinbar das antike Königreich, die alte Weltordnung zerschlagen und haben eine neue Weltordnung, eine Weltregierung ins Leben gerufen, indem diese 20 Königsfamilien entschieden haben, wir ziehen auf die Red Line und gerichten dort ein Königreich und herrschen fortan über diese Welt. Naja gut, nicht alle 20 Familien waren damit einverstanden, denn die Nephletari-Familie, die ich eben schon erwähnt hatte, die hat sich anders entschieden. Die wollte kein Weltaristokrat werden. Sie wollten weiter einfach nur über ihr Königreich Alabasta herrschen. Deswegen sind ihre Nachfahren, wie beispielsweise Nephletari-Vivi, keine Tenryu-Bitou. Das heißt aber auch, dass sie keine Rechte haben wie die anderen Tenryu-Bitou und somit, wie wir das ja aus dem aktuellen Geschehen von One Piece kennen, auch ganz schnell mal auf der Abschussliste landen können. Denn es ist den Tenryu-Bitou sehr wichtig, die sogenannte Etikette zu wahren, auch das zu tun, was einen Tenryu-Bitou ausmacht, nämlich sich selbst für einen Gott zu halten. Und das ist nämlich der Punkt, wo mir die deutsche Übersetzung nicht so ganz wirklich gefällt, mit Himmelsdrachen-Menschen. Im Englischen heißen sie ja die Celestial Dragons, also nur die himmlischen Drachen, was hier besser passt. Denn es haben sich tatsächlich nur zwei der kompletten Tenryu-Bitou, die wir kennen, abgesehen natürlich von der Nephletari-Familie, die wir fortan ausklammern, entschieden dazu, tatsächlich wieder Mensch zu sein. Der erste ist etwas bekannter und zwar St. Miosgat. Wie wir später im Reverie-Arc herausgefunden haben, auch ein Teil der Donkey-Shot-Familie und er hatte quasi seine Geschichte. Er haverierte auf der Fischmenscheninsel und befahl ihn, ihm zu helfen, aber die hatten etwas ganz anderes mit ihm vor, bis Otohima auftauchte, ihm tatsächlich geholfen hat, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Und dadurch hat sich die Weltanschauung von St. Miosgat geändert, was eigentlich eine ziemlich krasse Schlüsselszene ist. Denn hier sehen wir, dass die Tenryu-Bitou nicht von Geburt an einfach böse geboren werden, sondern mit einer falschen Erziehung aufgezogen werden. Ich denke, wenn du dein ganzes Leben lang erzählt bekommst, du bist ein Gott und alle, die nicht Tenryu-Bitou sind, sind quasi deine Sklaven, deine Untergebenen, nicht würdig deines Ranges. Das ist ja auch eigentlich der Hauptgrund, warum diese Tenryu-Bitou, sofern sie nicht in Mary Joa sind, diese Taucherglocken tragen oder Weltraumanzüge, wie es ja viele immer auch nennen, denn sie möchten nicht die gleiche Luft atmen wie normalsterbliche. Was natürlich völliger Humbug ist, sich so etwas auszudenken, aber wir haben ja auch gesehen, dass hier eher die minderbemittelten Tenryu-Bitou so etwas abziehen und Tenryu-Bitou, die gemerkt haben, dass die Welt und alle anderen Menschen und Lebewesen im Grunde nicht viel schlechter oder besser sind als andere Wesen, diesen Kram erst gar nicht mehr tun. Und wir haben auch gesehen, dass St. Miosgat sich durch diese Sache auf der Fischmänteninsel verändert hat und quasi zu einem Ehrenmann geworden ist. Selbst St. Charles eine gefeuert hat, als der versucht hat, Shirahoshi zu versklaven. Und das ist auch für mich hier so eine Schlüsselszene für die Tenryu-Bitou, weil es nämlich zeigt, dass nicht jeder Tenryu-Bitou gleich ist. Also natürlich für das gemeine Volk sind sie alle gleich, aber untereinander gibt es scheinbar noch ein Rangsystem. Da gibt es ja beispielsweise das Familienoberhaupt, aber der höchste Rang, den wahrscheinlich ein Tenryu-Bitou begleiten kann, ist die eines Gorosei. Und mittlerweile ist ja auch bestätigt, dass sich es bei den Gorosei ebenfalls um Tenryu-Bitou handelt. Erst haben wir ja die Aussage bekommen, dass die Cypher-Poder EG Zero nur auf den Befehl der Tenryu-Bitou handelt und sie bekommen ihre Befehle von den Gorosei. Einer dieser Gorosei wurde jetzt auch namentlich vorgestellt, nämlich Sant J. Garcia Saturn. Und damit haben wir auch die dritte bekannte Familie der Tenryu-Bitou, nämlich die J. Garcia-Familie. Was ich an der Stelle sehr interessant finde, das klingt für mich sehr spanisch und auch hier an der Stelle haben wir den Namen Don Quixote, der ja ebenfalls ein Spanier gewesen ist, also können wir vielleicht davon ausgehen, dass wir noch mehr Namen in Richtung spanischen Namen bekommen. Auf der anderen Seite zählen wir hier die Nefeltari-Familie dazu, passt das natürlich nicht mehr so ganz hin und wir haben ja auch noch eine Familie, über die wir später noch reden können, aber vielleicht hat Oda hier mehrere vielleicht eher schlechte Königsgeschlechter, also von Königen, die keinen guten Eindruck in der Geschichte hinterlassen haben, genommen und sie dann eben zu Tenryu-Bitou gemacht. Gehen wir einfach mal weiter aber über den Namen Saturn. Wir haben fünf Gorosei, sie werden die fünf ältesten Sterne genannt, aber mittlerweile nennen wir sie ja alle die fünf ältesten Planeten. Allerdings muss ich an der Stelle wieder einmal erwähnen, in der Antike und höchstwahrscheinlich auch in der Welt von One Piece dachte man ja, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums wäre und wir haben ja den Globus gesehen, dieses Planetensystem auf Ohara. Es könnte also auch weiterhin sein, dass zumindest die Welt von One Piece denkt, dass ihre Welt den Mittelpunkt des Universums darstellt und somit könnte auch hier wieder die Aussage, die ältesten Sterne, die Planeten sind in dem Fall dann die Sterne, auch eintreffen. Wir wissen natürlich mittlerweile, dass nur Sonnensterne sind, aber wir möchten jetzt nicht weiter in die Astrophysik hineinrutschen. Mir ging es jetzt nur darum, wir können vielleicht von dem Namen Saturn die anderen Namen der Gorosei ableiten und wir gehen wahrscheinlich alle davon aus, dass sie Venus, Merkur, Mars und Jupiter sein werden. Wie ihre Familiennamen sind, das wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass sie die höchsten Ränge innerhalb der Tenryubitu begleiten. Und auch an der Stelle müssen wir die Frage stellen, warum ist das so? Sind das die fünf höchsten Familien innerhalb der Tenryubitu, weil das die stärksten Familien früher schon gewesen sind, als sich diese 20 Königsfamilien vereinigt haben, um halt eben gegen das antike Königreich vorzugehen? Oder haben die sich einfach herauskristallisiert in all den 800 Jahren nach dem leeren Jahrhundert oder wurden die innerhalb der Tenryubitu gewählt? Also ich denke, hier gibt es viele Möglichkeiten und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die einzigen, die von der Existenz von Imu, Imsama, wissen, ebenfalls die Tenryubitu sind. Wobei wir natürlich niemals die Aussage von Don Quixote do Flamingo vergessen dürfen, dass er ja weiß, was der Schatz von Mary Joa ist. Und diese Nummer hat er ja im Grunde dann getroppt, als eben damals Imsama das erste Mal in Erscheinung getreten ist. Könnte also sein, dass eben Imsama das große Geheimnis, der große Schatz auf Mary Joa ist. Und an der Stelle müssen wir uns auch die Frage stellen, wer ist Imu-Sama überhaupt? Ist er auch einer dieser 20 Königsfamilien? Wurde er auch in einem strengen Auswahlverfahren gewählt als das Oberhaupt dieser 20 Königsfamilien? Wobei ja die Weltregierung für eine gewisse Neutralität steht. Keiner soll auf dem leeren Thron sitzen. Keiner steht über irgendeine der Königsfamilien und schon gar nicht dieser 20 Königsfamilien oder sagen wir besser gesagt 19 Königsfamilien, die zu Tenryubitu wurden. Inzwischen sind wir auch wieder ein bisschen schlauer. Natürlich sitzt da jemand drauf und zwar Imsama. Aber hat er sich mehr oder weniger in dieses System hineingezeckt und hält sie mehr oder weniger als Geisel, damit er die Geschicke der Welt lenken und steuern kann? Oder ist er ebenfalls einer dieser Familien? Auch das wirft viele Fragen auf. Doch kommen wir erst einmal weiter zum Thema Tenryubitu. Denn während meiner Recherche rund um das Thema Tenryubitu, Himmelsdrachenmenschen, die einzelnen Charakteren und die Familien, ist mir ein sehr interessanter Satz aufgefallen. Und der könnte tatsächlich unser Blick auf die One-Piece-Welt verändern und vielleicht sogar die Frage beantworten, ob die Red Line etwas Natürliches ist oder etwas künstlich Erschaffenes. Oder vielleicht etwas, was überhaupt vorher gar nicht existiert hat. Reden wir kurz einmal über die Red Line. Wir haben eine Information bekommen, die das Ganze natürlich etwas natürlicher gestaltet. Und zwar die Existenz der Lunarier. Es wurde nämlich gesagt, dass die auf der Red Line gelebt haben, aber das halt wirklich unter ganz schlechten Umständen. Aber sie das einzige Volk waren, die das irgendwie gemanagt haben. Das ist doch eigentlich mal so eine Sache, wo man sich fragt, warum gehen dann die Tenryubitu nach Mary Joa, was ja ebenfalls auf der Red Line ist, wenn es da nichts zu holen gibt oder wenn das jetzt nicht unbedingt das Paradies ist, dort zu leben. Könnte allerdings sein, dass es trotzdem etwas Künstliches ist und die Red Line, wo die Lunarier gelebt haben, im Grunde eigentlich ein ganz anderer Ort war. Oder dass der Ort später von den Tenryubitu so verändert wurde, dass er jetzt aussieht, wie die Red Line heute aussieht, aber damals halt vielleicht eine ganz andere Insel waren oder viele mehrere kleine Inseln, die zusammen gewesen sind und einen kompletten Kreis um die Welt ergeben haben und dann eben diese Red Line erschaffen haben. Und so könnte natürlich auch dann der Karm Belt, die Grand Line und die vier Blues getrennt worden sein. Und dann passt natürlich auch wieder perfekt, die Red Line Zerstörungstheorie, dass man die Red Line zerstören muss, um halt eben diese Insel wieder freizulegen und dass das Meer wieder zu einem Meer wird, einem One Piece. Doch kommen wir jetzt zurück zu dieser Aussage aus Kapitel 503, die von St. Roswell, dem Vater von St. Charles getroffen wurde und natürlich auch der Vater von St. Charles Ria, die kleine Schwester von St. Charles. Wie diese Familie genau heißt, habe ich nicht herausfinden können. Die haben noch keinen Familienname, deswegen nennen wir sie meistens die St. Roswell-Familie. Ich gehe aber stark davon aus, dass sie jetzt nicht auch unbedingt zu den Don Quixote gehören. Aber gehen wir nochmal darauf ein, was hat er für eine Aussage getroffen? Er hat nämlich gerechtfertigt, warum die Tenryu B2 die Herrscher dieser Welt sind. Und nicht, weil sie damals das antike Königreich besiegt haben oder er hat auch nichts davon erzählt, dass sich 20 Königsfamilien zusammengetan haben. Nein, er hat gesagt, sie sind die Nachfahren der Erschaffer dieser Welt. Und dieser Satz, den finde ich super interessant. Wir gehen natürlich davon aus, dass es um eine Welt geht, die gerade existiert, also die gegenwärtige Welt von One Piece. Was ja bedeuten würde, dass die Welt, so wie sie aktuell existiert, nicht immer existiert haben, weil sie können ja schwerlich die Erschaffer der ganzen Welt sein. Also, dass sie diese Welt erschaffen haben, die dann plötzlich da war und dann haben sie sie bevölkert. Sie reden natürlich von der Welt, die gegenwärtig existiert. Und da passt natürlich dann auch die Aussage, dass sie eventuell die Red Line gebaut haben und die Welt in vier Teile gespalten haben durch die Blues und die Grand Line und so weiter und so fort. Das ist halt schon wirklich ein interessanter Satz, den wir so nie wieder gehört haben. Und darauf bauen sie ihre ganze Macht auf. Das könnte aber trotzdem keine falsche Aussage sein, wenn wir davon ausgehen, die 19 Königsfamilien, abgezogen natürlich der Nephletari-Familie, gingen damals in ein Land oder zu einer Insel und haben dann gesagt, wir werden jetzt hier unser neues Königreich, unser Götterreich errichten. Und sie haben die Red Line erschaffen und darauf halt Mary Joa errichtet und leben zeit eher dort als ihre Götter. Und die Welt muss das einfach akzeptieren. Wir wissen auf jeden Fall, es gab das leere Jahrhundert und das könnte innerhalb dieses leeres Jahrhunderts noch passiert sein, weshalb es halt nirgendwo in Aufzeichnungen steht, dass die Red Line nie wirklich immer existiert hat, sondern irgendwann dort erschaffen wurde. Und die Lunarier waren zu diesem Zeitpunkt vielleicht einfach die Leidtragenden, haben eigentlich im Grunde vorher sehr gut gelebt und mussten dann auf einmal auf der Red Line leben. Und da die Leute nicht wissen, dass die Red Line nicht immer existiert hat, glauben sie natürlich, die Lunarier haben immer auf der Red Line gelebt und haben dadurch auch als einziges Volk dort überleben können. Theoretisch wäre es sogar möglich, dass wir noch viel mehr Völker hätten, die damals eben auf diesen Inseln gelebt hätten, bevor die Red Line entstanden ist, aber die es halt einfach nicht gebacken bekommen haben, dort zu überleben, so wie es die Lunarier überlebt haben. Und 800 Jahre, das ist schon ein ziemlich großes Zeitfenster. Das ist in unserer Welt eine ziemlich lange Zeit und das ist auch in der Welt von One Piece eine ziemlich lange Zeit. Es gibt teilweise Geschichten, die sich innerhalb von 800 Jahren komplett in eine andere Welt verwandeln. Warum sollte das in der Welt von One Piece nicht auch der Fall gewesen sein? Doch kommen wir noch einmal zurück zu den einzelnen Tenryu V2 beziehungsweise zur Roswell-Familie. Dass wir diese Familie als erste Tenryu V2 Himmelsdrachenmenschen kennengelernt haben, hatte vielleicht einen ganz besonderen Grund, denn seither nehmen wir diese Tenryu V2 nicht mehr wirklich für voll. Es sind ja eigentlich Unterbemittelte. Also keiner sagt, dass St. Charles sein Lieblingscharakter ist. Er ist genau der Charakter, der von Ruffy einer auf die Fresse bekommen musste, weil er ebenfalls so hassenswert gewesen ist. Er repräsentierte im Grunde alles, was schlecht läuft in der Weltregierung und wir haben gleichzeitig gesehen, dass die Leute und Menschen Angst davor hatten, ihm irgendwie zu widersprechen und sie tun und lassen durften, was sie konnten. Ja, bis auf Ruffy. Der hat sich das nicht gefallen lassen. Wenn du seinen Freund angreifst, bist du Ruffys Gegner und dann bist es auch egal, wer du bist. Allgemein hat Ruffy innerhalb der Story von One Piece des Öfteren gezeigt, dass er keine Angst hat vor der Weltregierung, weshalb er ja auch der Weltregierung damals auf Enis Lobby den Krieg erklärt hat, nur um Nico Robin zu befreien. Er war also im Grunde da schon geprägt darauf, der nächste Joy Boy, der nächste Sonnengott Nika zu werden, was natürlich auch perfekt gepasst hat, wie wir herausgefunden haben später, dass er ja die beste Teufelsfrucht dafür hat. Und natürlich müssen wir jetzt hier einsehen, dass es mittlerweile nicht nur diese unterbemittelten Tenryu B2 gibt, die im Grunde machen, was sie wollen, sondern wir haben auch Gute gesehen, wie beispielsweise auch St. Miosgaard. Und nein, das bedeutet nicht gleichzeitig, dass die ganze Don Quixote-Familie gute Charaktere beinhaltet hat, denn wir haben zum einen den Vater von St. Miosgaard kennengelernt, der ebenfalls immer noch diese alten Sitten befolgt und sich genauso verhält wie eben die Roswell-Familie, nur St. Miosgaard durch seine Erfahrung hat das alles ein bisschen verändert. Es gab aber noch eine positive Seite, nämlich den zweiten Tenryu B2, der sich als Mensch bezeichnet hat und zwar Don Quixote Homing, der Vater von Doflamingo und Rosinante, ebenfalls noch Tenryu B2, auch wenn der eine und der andere schon jetzt mittlerweile tot ist. Doflamingo ist ja gerade in Impel Down einsässig, aber ich kann mir gut vorstellen, dass der nochmal zurückkommt. Schaut gerne mal in meinem Podcast über einen möglichen Impel Down 2.0 Arc, da erfahrt ihr mehr. Ja, und Homing, der hatte eine Frau. Das finde ich super interessant, denn hier stelle ich mir nämlich die Frage, wie wird eigentlich unter den Tenryu B2 geheiratet? Dürfte ja eigentlich bedeuten, dass vielleicht Homing gar kein wirklicher Don Quixote war, sondern in die Don Quixote-Familie eingeheiratet wurde und dass seine Frau eigentlich vielleicht, ja, die kleine Cousine, die kleine Schwester von St. Miosgat gewesen ist, denn wir wissen immer noch nicht so ganz genau, wie diese beiden Don Quixote-Familien ineinander, ja, verwickelt sind. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es zwei unterschiedliche Don Quixote-Familien gibt, die existieren, weil ja auch gesagt wurde, dass die Don Quixote-Familie ursprünglich aus Dressrosa kam und ich stehe immer eher davon aus, dass wir noch andere Tenryu B2-Familien kennenlernen werden. Aber, was ich hier interessant finde bei diesem ganzen Konstrukt, wenn jetzt Homing in eine andere Tenryu B2-Familie eingeheiratet hat, würde das bedeuten, dass die Don Quixote-Familie vom Rang her höher steht, weil er ja dann den Namen seiner Frau angenommen hat oder ist eben die Mutter von Doflamingo und Rossinante dann in die Don Quixote-Familie eingeheiratet worden und dann stellt sich natürlich die Frage, aus welcher Tenryu B2-Familie stammt sie denn übrigens? Könnte sie auch aus der St. Roswell-Familie kommen oder vielleicht von der Figureland-Familie oder sogar von der Jay Garcia-Familie? Also ich finde das ganze Thema Tenryu B2 furchtbar interessant und ich würde gerne mehr über die anderen Familien und vor allem deren Namen erfahren. Kommen wir aber noch zu einer anderen Tenryu B2-Familie, wo wir uns auch noch nicht so ganz sicher sind, ob es hier eine Connection zu den existierenden Familien gibt und zwar den Charakter St. Gelmark. Ihr fragt euch, wer ist St. Gelmark? Wo ist er überhaupt aufgetaut? Existiert er heute noch überhaupt? Wissen wir nicht, aber er ist damals nur in Kapitel 588 aufgetaucht. Das war Ruffys Flashback mit Sabo und Ace und ihr könnt euch jetzt mit Sicherheit zusammenreimen, wer dieser Tenryu B2 gewesen ist. Richtig, er kam und hat dann das Schiff, das die drei Jungs gebaut haben, versenkt und wir dachten alle, dass Sabo an diesem Punkt gestorben ist. Naja, zumindest Ruffy und Ace dachten das, aber wir konnten uns irgendwie sicher sein, dass der in gewisser Weise nochmal in die Story eingebunden wurde. Er wurde ja dann gerettet von der Revolutionsarmee. Finde ich eigentlich eine ganz ziemlich coole Geschichte von Sabo, aber es soll ja um diesen St. Gelmark gehen, denn der hatte noch etwas Besonderes und das könnte vielleicht der Art geschuldet sein, dass das ja ein Flashback war, der einige Jahre zurückliegt, aber er hatte ebenfalls eine dieser Taucherglocken, die war aber nicht rund, sondern die war quadratförmig. Im Grunde könnte man hier wieder diese ganze Geschichte mit den Weltraumaristokraten ausschließen, wobei das für mich sowieso immer so ein bisschen schwammig war, weil wir wissen ja, die einzigen, die von zumindestens dem Mond kamen, waren die Himmelsbewohner, die Shandia, die Skypianer und die Birkaner, aber natürlich durch den Namen Saturn könnte uns wieder der Hinweis gegeben sein, dass diese Weltaristokraten von anderen Planeten ursprünglich kamen oder zumindest Imsama von einem anderen Planeten kamen und er ist in Wirklichkeit einer der Space Piraten oder zumindest von der Rasse der Space Piraten, denn eines dürfen wir bei diesen ganzen Tenryubitu nicht vergessen, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, die kommen ja ursprünglich von Königreichen, die wir in der Welt von One Piece kennengelernt haben, in der Filtare-Familie Alabasta, gut, streng genommen keine Tenryubitu, aber Donkey-Shot-Familie aus Tressrosa und hey, dieser Sanjelmark, warum hat er das Gona-Königreich besucht? Vielleicht war das sein ursprüngliches oder der Familie von Sanjelmark ursprüngliches Herrschaftsgebiet. Ja, und dann kommen wir wieder nochmal zurück zu Sand Homing. Ich habe ja schon gesagt, er war einer der wenigen, der gesagt hat, ich bin ein Mensch, ich bin kein Gott, ich möchte wieder als normaler Mensch leben. Haben natürlich den anderen Tenryubitu solche Aussagen gar nicht gefallen, weshalb er gesagt hat, ich ziehe in das ursprüngliche Königreich zurück, Tressrosa, und lebe ein normales Leben. Hier an der Stelle stelle ich mir folgende Frage und zwar, gab es da ein singuläres Ereignis, das diese Entscheidung ausgelöst hat? In Bezug gehe ich hier wieder auf Sand Miosgat ein, er hatte ja sein Erlebnis auf der Fischmenscheninsel und war dann der zweite Tenryubitu, der gesagt hat, ich bin ein normaler Mensch, aber er ist natürlich auch jemand, der nicht Mary Joa verlassen hat und das ist wahrscheinlich so ein Kardinalsdelikt, das man nicht begehen darf, denn es gibt keine Rückkehr. Denn Sand Homing hat festgestellt, Tressrosa, die Leute mögen uns nicht und als sie festgestellt haben, dass sie nichts zu befürchten haben, haben sie sie vertrieben. Es lief sogar so weit hinaus, dass die Donquishot-Familie rund um Homing dann auf der Müllhalde weiterleben konnte. Sie konnten sich die Medizin nicht für die Frau leisten, die dadurch dann halt gestorben ist. Ja und Doflamingo, dem hat das absolut gar nicht geschmeckt. Er hat auch nicht verstanden, warum die Leute nicht auf die Knie gefallen sind, wenn er durch die Stadt gelaufen ist. Und am Ende ist es darauf hinaus gelaufen, dass er seinen eigenen Vater getötet hat. Ja und wenig später noch seinen eigenen Bruder. Doflamingo ist in der Hinsicht zumindest ein ganz abgespaceder Schurke, aber das macht ihn vielleicht auch zu so einem guten Schurken. Ja und damit kommen wir eigentlich schon zur letzten Familie, die wir hier noch aufzählen müssen und das ist eigentlich nur eine Fußnote aus dem Film One Piece Film Red. Aber sind wir ganz ehrlich, das ist eine Kanon-Information und vor allem dementsprechend so gut versteckt oder halt nur so unterschwellig gesagt, dass wir sie thematisieren müssen. Und zwar die Figureland-Familie. Streng genommen ist die Figureland-Familie als noch gar nichts bestätigt. Wir wissen nicht, ob das eine Königsfamilie ist, irgendeine andere wichtige Familie, aber die Gorosei kennen diese Familie und haben Respekt vor dieser Familie. Und sie gehen natürlich davon aus, dass Shanks ein Teil dieser Familie ist. Eigentlich haben sie gesagt, dass sie davon ausgehen, dass Uta ein Teil der Figureland-Familie ist, weshalb sie sich dann auch zurückgehalten haben, sie zu exekutieren. Aber die Verbindung zu Uta ging ja nur über Shanks. Und wir haben uns ja schon seit dem Reverie-Arc gefragt, warum konnte Shanks einfach zu den Goroseiwuk gehen und hat direkt eine Audienz bekommen, ohne dass sie sofort die Wachen gerufen haben und Shanks angegriffen haben. Und damals hatten ja schon viele die Theorie, dass Shanks eventuell ein Tenryu B2 sein könnte, die jetzt mit der Aussage aus One Piece Film Red deutlich an Wahrscheinlichkeit gewonnen hat. Tatsächlich könnte es sein, dass die Figureland-Familie eine der 19 Königsfamilien sein könnte und dass Shanks ein Teil davon sein könnte. Und hier gehe ich wieder ein bisschen in die Richtung Donkey-Schotte-Homing. Ich habe ja gesagt, gab es da eventuell ein singuläres Ereignis, was ihn zum Umdenken bewegt hat. Und hier gehe ich jetzt 40 Jahre zurück in die Vergangenheit, nämlich dort, wo Shanks gefunden wurde damals von Roger und Rayleigh in einer Kiste, genauso wie Uta später von Shanks gefunden wurde. Und zwar nicht irgendwo, sondern auf God Valley. Und wir wissen, auf God Valley waren die Tenryu B2. Sie wurden als Geisel gehalten von Rox D. Sabag. Aber wer waren diese Tenryu B2? Kennen wir diese Tenryu B2? Oder waren es einfach wild zusammengewürfelte Random-Charaktere? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und warum haben wir bisher noch nichts erfahren, was ganz genau auf God Valley passiert ist? Richtig, weil Oda uns das höchstwahrscheinlich nochmal irgendwann zeigen wird und dort Informationen versteckt sind, die noch sehr relevant werden könnten, gerade in Bezug auf den Tenryu B2. Und gerade bei den Tenryu B2 tut sich Oda ja sehr geheimnisvoll. Wir haben bei Saint-Charles Saint-Roswell bis heute keinen Familiennamen und das sind die ersten Tenryu B2, die aufgetaucht sind. Die Gorosei sehr lange vorher schon aufgetaucht und wir haben nie einen Namen gehabt. Ihr erinnert euch noch an die Zeit, wo wir sie als Gandhi und als der Schwertkämpfer und der Typ mit der Narbe und Sanjis Vater bezeichnet haben und jetzt haben wir erst den ersten Namen getroppt, weil diese Namen eventuell nochmal relevant werden können. Da Shanks dort gefunden wurde und gehen wir davon aus, dass die Fickerland Familie ebenfalls Tenryu B2 Material ist, dann könnten wir davon ausgehen, dass die Fickerland Familie damals dort war. Ich gehe aber eventuell auch noch davon aus, dass ein Teil der Donkey Shot Familie dort war, eins besondere natürlich Donkey Schotte Homie und der dann vielleicht gesehen hat, wie es in der Welt zugeht, wie die Leute, die Menschen eigentlich über die Tenryu B2 denken, weil er das während seiner Geiselhaft auf God Valley erfahren hat und wir können vielleicht sogar davon ausgehen, dass God Valley die eigentliche Königreich von der Fickerland Familie war, auch das kann man jetzt suggerieren und dadurch halt dann die Entscheidung getroffen hat, hey, da wurden ein paar von der Fickerland Familie getötet. Die könnten ja, die Eltern von Shanks könnten ja von Roxy getötet worden sein und deswegen hat man ihn nochmal versucht zu retten, ihn in eine Kiste gepackt, wie damals Moses in der Bibel, in den Weidenkorb und dann den Fluss herunter. Das ist etwas, wo man hier wirklich parallel aus der echten Welt hinzuziehen kann und Homing hat es halt irgendwie überlebt oder hat von diesen Ereignissen erfahren und sich dann entschieden, ich möchte kein Tenryu B2 mehr sein, ich möchte ein ganz normaler Mensch sein. Also ich finde, die Stränge laufen hier viel zu gut zueinander, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das alles Zufall ist. Insgesamt finde ich das Thema Tenryu B2 sehr interessant und ich freue mich schon darauf, wenn wir die Namen der anderen Königsfamilien noch erfahren und aus welchen Ländern oder welchen Inseln die ursprünglich kamen, denn hier kann man natürlich auch wieder die Parallelen zu Pornoglyphen dem antiken Königreich finden und natürlich möchte ich herausfinden, hat die Red Line schon ewig existiert oder ist das etwas, was die Weltaristokraten damals mit ihrem Umzug nach Mary Joa überhaupt erst errichten haben. Ich möchte euch nochmal an die Aussage von Kapitel 503 erinnern, wir sind die Nachfahren der Erschaffer dieser Welt. Oh mein Gott, das ist eine Gänsehaut-Aussage, ich weiß nicht, ob da mehr drin steckt, als ich da vermute, aber ich hoffe es natürlich und ich hoffe, es geht euch ganz genauso. Schreibt mir mal eure Meinung zu den Tenryu B2 in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One-Piece-Podcasts und natürlich viel mehr One-Piece-Content. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für eure Einschalten und Zuhören. Bleibt gesund, bleibt am Leben, bleibt One-Piece gewogen, bleibt mir gewogen. Ade! Beide! Beide!